Vielen Dank für die Gelegenheit. Ich möchte uns auch wieder ein bisschen einfangen in die eigentliche Diskussion, nämlich in diese Frage um die Segnung. Wer ist eigentlich der homosexuelle Mensch? Gibt es den homosexuellen Menschen in der Form, wie wir uns in der Segnungsdebatte vorstellen, überhaupt? Jetzt frage ich, ob ich eine Bildschirmfreigabe bekommen kann. Ja. Ja. Ja, jetzt habe ich sie. Wie gesagt, ein ganz anderes Herangehen jetzt in diesem Impuls, nicht philosophisch, sondern eigentlich hin zu den Fakten. Und ich möchte sie einladen, eine Frage begleiten, einfach zu bewegen. Wer ist eigentlich sozusagen der Mensch? In der Diskussion um das Thema Segnung hat man ja immer so den Eindruck, es gibt einen Typus des Homosexuellen, der möchte eine treue, verbindliche Lebensgemeinschaft mit einem Partner führen. Und das ist im Prinzip das in der Hauptsache, was es in unserer Gesellschaft an Homosexualität gibt. Bitte gehen Sie einfach lebendig in meinem Vortrag mit, sodass so ein inneres Bild versteht. Ich bediene jetzt ein völlig anderes Vokabular als meine Vorredner, nämlich das Vokabular sozusagen der Psychologie. Und das mag dann vielleicht auch zu einer oder anderen Frage nachher führen. Ich frage zunächst einmal, in welchen verschiedenen Strömungen wird eigentlich über das Thema Homosexualität verhandelt innerhalb der sexualwissenschaftlichen Diskussion? Und das ist vielleicht auch immer schon ganz wichtig, diese Frage, wenn man sich auch immer wieder fragen muss, wo hole ich mir denn eigentlich meine Informationen her? Wir unterscheiden hier im Prinzip drei große Diskurslinien. Die erste Diskurslinie ist die essentialistisch orientierte Diskurslinie. Da gibt es einmal die Ansicht, dass es eine Natürlichkeit der Sexualität gibt, die sich einfach sozusagen nach dem Same-Baum-Prinzip aus dem Menschen herausentwickelt. Dann gibt es einen moderaten Essentialismus, der in biologischen Faktoren nach der sexuellen Anlage sucht. Also das sind etwa Hormonforscher, Genforscher und andere Humanbiologen. Eine zweite große Diskurslinie ist die sogenannte sexualwissenschaftliche Richtung. Da gibt es eine sogenannte erste Linie. Das ist nämlich die kritische Sexualtheorie, die sich auf die Konstruktion von Sexualität und Geschlechtlichkeit bezieht. Also hier wird hauptsächlich auch als favorisierte Linie der Konstruktivismus verwendet. Und es gibt eine relativ junge, circa 30 Jahre alte Linie, die eher im Bereich des Psychologischen orientiert und eigentlich sagt, dass die Sexualität des Menschen assoziiert ist mit seiner Biologie, mit seiner Psyche, mit seiner Umwelt. Das ist also mehr ein ganzheitlicher Ansatz. Aber beide Richtungen kommen zum Schluss. Wir stellen fest, die sexuelle Orientierung bzw. sexuelle Orientierungen insgesamt sind etwas Fließendes in Menschen und sind nicht schon etwas Festes. Und von diesen zwei Diskurslinien muss eine dritte unterschieden werden. Die wird auch in der Zwischenzeit in der sexualwissenschaftlichen Diskussion und Fachliteratur immer wieder so erwähnt. Das sind die aktivistischen Richtungen. Hinter der aktivistischen Richtung steht letztendlich eine Gruppe von Menschen, die sich natürlich für Identitätspolitik einsetzt und für Minderheitenrechte. Und auch sie haben Theorien, die diskutiert werden. Und manchmal haben diese Theorien dann eine hohe Auswirkung auf die Diskussion, zum Beispiel um Segnung oder Anerkennung oder um irgendwelche Rechte herzustellen in unserer Gesellschaft. Hier haben wir zunächst mal eine Richtung, die sagt, die sexuelle Orientierung ist früh festgelegt und kann sich nicht mehr verändern. Das ist hauptsächlich der Deutsche Lesben- und Schwulenverband, der so argumentiert. Eine zweite Richtung sagt ganz unterschieden davon, die Sexualität der Menschen tritt in vielen Formen auf, ist also polymorph. Und die heterosexuelle Norm ist kulturbedingt und diskriminiert die Abweichungen, also die sogenannten Perversionen. Diese Richtung spricht sozusagen von einer Naturanlage der polymorph-perversen Sexualität, der Vielgestaltigkeit von Sexualität. Das sind im Prinzip die Grundlinien. Jetzt möchte ich ein bisschen eintauchen. Was sagen sozusagen vor allem der Essentialismus und die Sexualwissenschaften? Wie schlüsseln die eigentlich die Homosexualität auf? Und welchen Menschen stellen sie uns eigentlich vor, der mit Homosexualität beschäftigt ist? Der Essentialismus, wie wir schon im Referat von Barbara Hanna-Falkowitz erwähnt, im Ausgang des 19. Jahrhunderts letztendlich entstanden. Namen sind Karl Berni, Karl-Heinrich Ulrichs, Magnus Hirschfeld. Es sind alles Personen, die selber homosexuell empfunden haben und die ein sehr hehres Interesse hatten. Nämlich sie wollten zur Entdiskriminierung der Homosexualität beitragen und eben auch zur Entpathologisierung. Und deshalb sind sie sozusagen in die Humanbiologie gegangen, in die medizinischen Abteilungen der verschiedenen Krankenhäuser und haben dort sozusagen gesehen, ja es gibt ja auch von Natur aus Menschen, die mit unterschiedlichen Geschlechtsmerkmalen geboren werden. Also heute wird man dazu Intersexualität sagen. Warum gibt es nicht auch eine seelische Form sozusagen, dass man in einer anderen Natur als in der von Mann und Frau geboren wird? Und sie dachten sich dabei zum Beispiel eine Person, ein Mann, der invers eigentlich mehr Weiblichkeit besitzt und sich daher zum gleichen Geschlecht, nämlich zum anderen Mann angezogen fühlt und ebenso eben die Frau, die invers mehr Männlichkeit ist und sich von daher sozusagen von der Frau angezogen fühlt. Das war so ihre Idee und das war eigentlich die Grundstunde der sogenannten Schöpfungsvariante der Homosexualität und es ist damit in der Sexualität auf einmal eine Spaltung eingetreten. Es gab auf der einen Seite die Menschen des dritten Geschlechts, die Homosexuellen und die Menschen des ersten und zweiten Geschlechts sozusagen, nämlich die Heterosexuellen, die eine Mann-Frau-Verbindung eingehen. Diese Linie wird eigentlich des sexualwissenschaftlichen Diskurses, selbst von homosexuellen Sexualwissenschaftlern wie zum Beispiel Rolf Gindorf stark kritisiert und sie gilt eigentlich auch heute nicht mehr als en vogue. Man sagt dazu, das ist eigentlich die Ideologie des dritten Geschlechtes. Es gibt demgegenüber einen auch benannten und beschworenen sozusagen weicheren Essentialismus in der Humanbiologie. Hier kann ich gar nicht alle Ergebnisse nennen, hier gäbe es sehr viel zu referieren, aber ich will einige knapp herausgreifen. Da gibt es vor allem so eine hirnorganische Annahme, das wird immer wieder, gibt es auch andere Untersuchungen dazu. Eine der berühmtesten ist die von Simon LeVay. In den Zeitungen ist dann immer wieder zu lesen, Simon LeVay hätte herausgefunden, dass Männer, die homosexuell empfinden, mit einem verweiblichten Gehirn auf die Welt kommen. Simon LeVay sagt selber in einem Buchbeitrag ausdrücklich, nein, das habe ich nie gesagt. Ich habe ledig festgestellt, als ich verstorbene Männer untersucht habe, die über lange Zeit homosexuell gelebt haben. Da habe ich einen Unterschied zu heterosexuellen Männern festgestellt. Wie dieser Unterschied allerdings zustande kam, weiß ich nicht, weil das Gehirn des Menschen ist plastisch. Und ob das von Geburt an so war oder durch sozusagen die sexuellen Handlungen und die Lebenserfahrung, die dieser Mensch ausgeübt hat, kann man heute aufgrund der Plastizität des Gehirns so nicht mehr sagen. Eine zweite, auch sehr in den Zeitungen gestandene Theorie ist die Gese von Dean Hämmer. Die ist schon 1993 veröffentlicht worden. Er hat eine kleine Gruppe von homosexuellen Brüdern untersucht und hat festgestellt, dass in dem von der Mutter vererbten X-Chromosom im Abschnitt XQ28 eine Ähnlichkeit besteht. Und sofort hat man gesagt, hier hat man jetzt das Schwulengen entdeckt. Dean Hämmer sagt selber in seinem Buch als sehr seriöser Verhaltensgenetiker, man kann immer noch nicht in der Genetik sagen, ob das, was wir auf einem Genom finden, eine Ähnlichkeit, schon eine Gleichheit entspricht. Und man kann auch ein so komplexes Verhalten wie die menschliche Sexualität nicht allein aufgrund eines Genabschnittes erklären. Dazu ist das ganze Verhalten viel zu komplex. Letztendlich hat dann auch eine ganz neuere Entwicklung, über die auch 2012 dann in den Zeitschriften berichtet wurde, so diese Gentese ein bisschen ins Wanken gebracht, nämlich das sogenannte epigenetische Ansatz. Und da besagt Folgendes, dass letztendlich die Genexpression gar nicht linear stattfindet. Es liegt etwas in den Genen und dann drückt es sich auch im Verhalten aus, sondern dass vielmehr ein epigenetischer Faktor hinzutritt in der Genablese, das heißt Umwelteinflüsse, Erziehung, Beziehungserfahrungen, aber auch Diäten und viele andere Dinge wirken sich nämlich auf den Stoffwechsel des Menschen aus. Und letztendlich ist dann die Mytilisierung, beziehungsweise es tritt mehr oder weniger ein Faktor, ein Molekülbündel an das Genom heran und kann dann eben auch eine Genexpression verschließen. Das heißt, Umweltfaktoren bestimmen letztendlich die Genablese und das macht natürlich die Genetik nochmal sehr, sehr viel komplizierter. Dem steht dann schlussendlich auch eine Untersuchung zu, die 2019 veröffentlicht wurde und auch in vielen Zeitungen war, aber direkt zitiert aus dieser Untersuchung kann man so ungefähr abschließend sagen, Verhaltensmerkmale wie sexuelles Verhalten und Orientierungen sind eben nur teilweise genetischer Natur. Sie werden auch zum großen Teil von der Umwelt und den Lebenserfahrungen eines Menschen geprägt, wird dort gesagt. Das heißt, es gibt einen größeren Umweltanteil, der auf die Gene einen Einfluss hat, weshalb man nicht sagen kann, wir treffen bei der Frage, ob der Mensch ein homosexuell ist, wir treffen auch nicht auf einen Menschen, von dem man schon sagen könnte, er sei homosexuell geboren und sei ebenso ganz fest in seinen biologischen Grundlagen verankert. Von daher ist die Frage, was ist denn Homosexualität dann? Und hier treffen wir dann auf die sexualwissenschaftliche Sicht, Sie sehen hier, Literatur von 1950, Alfred Kinsey bis 2019, es gibt auch 2020 natürlich weitere Forschungen darüber und diese viele Literatur habe ich deshalb zusammengestellt, weil ich immer wieder angehalten worden bin, wo gibt es denn da auch wirklich ganz neue Untersuchungen zu dem, was ich sage. Ja, sehen Sie, es gibt von 2016, 2017, 2019 bis 2019, 2020 sogar, allerneueste Untersuchungen, die sich alle mit der Erscheinungsweise, sozusagen der sexuellen Orientierung oder der Homosexualität beschäftigen und diese ganzen Untersuchungen kann man im Prinzip in drei Gruppen einteilen. Es gibt letztendlich in diesen Forschungen eine deskriptive Richtung, nämlich die der deskriptiven Statistik, die fragt, wie häufig kommen denn überhaupt sexuelle Orientierungen in der Gesamtbevölkerung vor, eben auch die Homosexualität. Es gibt daneben eine faktorenanalytische Forschung, die fragt, nämlich was sind die Variablen für die sexuelle Orientierung, das wird später für uns nochmal sehr spannend werden und es gibt eine qualitative Forschung, die fragt, wie können denn überhaupt sexuelle Orientierungen und ihre psychische Dynamik verstanden werden. Warum diese Forschungen interessant sind, wird sich jetzt gleich erklären. Wir steigen mal mit der deskriptiven Statistik ein, Da gibt es eine sehr berühmte 2001 durchgeführte MNIT-Untersuchung von 14.000 Bundesbürgern und da stellt man fest, dass die essentialistische Sicht sich rein statistisch schon gar nicht bestätigt und man findet auch nicht den homosexuellen oder den heterosexuellen Menschen, sondern man findet eine ganz breite Varianz von Menschen, die sich selber als homosexuell definieren. Das sind aber nur 1,3% der Männer und 0,6% der Frauen und ich springe jetzt. Es gibt eben aber auch Menschen, die sich als heterosexuell bezeichnen, aber auch homoerotische Empfindungen in ihrem Leben kennen und das sind dann 9,4% der Männer und 19,5% der Frauen. Das heißt, wir sehen hier eigentlich, es gibt nicht den homosexuellen Mensch und den heterosexuellen Mensch, sondern es gibt eine fließende Bandbreite unterschiedlicher sexuellen Orientierungen, weshalb man heute in der Sexualwissenschaft auch nicht mehr von Homosexualität oder Heterosexualität spricht, sondern man spricht von den Sexualitäten oder von den sexuellen Orientierungen. Jetzt kann man natürlich sagen, 2001 ist lang her, gibt es da neuere Zahlen dazu, ist die Anzahl der Homosexuellen nicht doch bei 10%, wie immer wieder behauptet wird und die letztendlich auch in die Kirche drängen, um dort alle gesegnet zu werden und hier zeigt eine relativ nüchterne Gallup-Follow-Up-Studie aus den USA 2020, zeigt sehr deutlich, es gibt auch in der Selbstdefinition dort heute nur 1,4% der Männer und 0,7% der Frauen, aber es gibt doppelt so viele bisexuell empfindende Menschen, nämlich 3,1% von Männern und Frauen und diese Zahl ist schnell wachsend. Das heißt, gerade die Gruppe, die indifferent ist, die sozusagen bisexuell ist, die nimmt unwahrscheinlich Streit. wie es in einer Tabelle aussehen, die Generation Z sozusagen von 97 bis 2002 angesiedelt, die hat 11,5% Anteile sexuellen, während die Millennials von 81 bis 96 nur 5,1% haben, das heißt, wir haben eine Zunahme, eine sprunghafte Zunahme, wie man an der Tabelle sieht, an Bisexualität, wie wird es erklärt, dass man heute lockereren Umgang mit Sexualität hat, die Frau Gail Falkowitz hat das ja ganz hervorragend ausgeführt, der macht auch das Gender Mainstream, hat hier auch schon seine Früchte hinterlassen, das sind die Gründe, und man sagt, hauptsächlich bei Frauen sehen wir einen großen Aufbruch in Richtung Bisexualität, weniger bei Männern, also auch die Gruppe der Frauen scheint hier sozusagen in einer großen Bewegung in Richtung Bisexualität aufgebrochen zu sein. Und jetzt kann man natürlich sagen, naja, aber es gibt doch diese Gruppe der Homosexuellen, die nach einer Segnung drängen, da gibt es doch die 2,1% Gays und die 1,4% Lesbien, die hier jetzt in der Tabelle stehen, aber wenn man weitere Untersuchungen anschaut und tiefer geht, dann merkt man selbst, hat zum Beispiel in einer Untersuchung 2012 herausgefunden, dass selbst die Gruppe, die sich in einem Augenblick der Befragung als homosexuell definiert, gar nicht selber 100% homosexuell empfindet, komischerweise gibt es in dieser Gruppe dann, wenn man genauer nachfragt, immer noch Menschen, die sagen, aber ich bin trotzdem heterosexuell, obwohl ich mich jetzt gerade als homosexuell definiere, oder 4% sagen, ja, ich bin genauso homo wie heterosexuell, warum dieser Mensch sich dann als homosexuell jetzt definiert, das bleibt seine eigene persönliche Entscheidung und es gibt 20%, die meist homosexuell sind, das heißt, wir erkennen hier eine, selbst in der Gruppe, die sich als homosexuell selbst definieren, immer noch eine ganz, ganz große Variant, Varianz. Und die Frage ist natürlich, ob sich gerade diese Variabilität im Bereich der Menschen, die sich als homosexuell bezeichnen, nicht auch auswirkt auf die Anspruchnahme zum Beispiel der Ehe für alle oder der Lebenspartnerschaft. Weil wenn man die Zahlen 2014 anschaut, dann gibt es genau 35.000 Paare sozusagen in Deutschland und wenn man das mal anschaut, wie viel es eigentlich von der Gesamtsumme sind derjenigen, die potenziell letztendlich die Lebenspartnerschaft eingehen könnten, dann kommen wir da 5,23%. Das heißt, nur 5,23% der potenziellen Homosexuellen, die eine Lebenspartnerschaft eingehen könnten, also die volljährig sind und es tun könnten, gehen eine solche Partnerschaft ein. Das heißt, was für ein Mensch kommt uns hier entgegen? Wenn wir die Frage jetzt mal vertiefen, dann merken wir natürlich, es kommt uns gar nicht sozusagen der eindeutig homosexuelle Mensch entgegen, sondern es kommt uns ein Mensch in einer unwahrscheinlich breiten Varianz entgegen, mit ganz unterschiedlichen Lebensfragen, mit ganz unterschiedlichen sozialen Beziehungen, mit ganz unterschiedlicher Sexualität, mit ganz unterschiedlichen Risiken, die diese Menschen eingehen. Und jetzt könnte man natürlich sagen, aber dann gibt es doch immer noch diese 2% der rein Homosexuellen und da begegnet uns nach diesen Ausführungen ja auch nur dann ein Mensch, der in sich sozusagen sehr variant noch einmal ist und gar nicht so eindeutig homosexuell ist. Und dann könnte man sagen, ja, aber dann gibt es doch immer noch eine ganz, ganz kleine Gruppe, die sich segnen lassen möchte. Aber wenn wir wissen, dass nur 5% all derjenigen, in die eine Lebenspartnerschaft eingehen, letztendlich dann diese, oder von 100% nur 5% diese Lebenspartnerschaft eingehen, dann muss man fragen, warum wird diese Frage der Segnung eigentlich so prominent verhandelt, wo wir noch viel mehr fragen müssten, was ist mit den 94% der anderen, die anscheinend keine Partnerschaft eingehen, was ja auch Zahlen in Schweden etc. belegen, wo es solche Rechtsinstitute schon längere Zeit gibt. Hier ist nämlich auch die Frage der Homosexualität im Jugendalter, denn es ist eine ganz entscheidende Frage, was für eine Botschaft gibt eigentlich eine Kirche hinaus, wenn sie sagt, wir unterstreichen sozusagen die Lebensform der Homosexualität noch einmal insbesondere, damit gibt man auch eine Wertung bekannt und sagt gleichzeitig, gibt eine Lebensausrichtung hinvor, dass es attraktiv ist, zum Beispiel eine entsprechende Lebenspartnerschaft einzugehen und man gibt damit natürlich auch der Homosexualität, die ein Jugendlicher in sich empfindet, eine Deutung. Und wenn wir hineinschauen in das Jugendalter, dann stellen wir ganz schnell fest, dass auch hier eine ganz, ganz, ganz breite Varianz da ist. Da gibt es von 5,7% der jungen Menschen zwischen 14 und 29, die sich meist heterosexuell und manchmal homosexuell empfinden, bis hin zu 3% der jungen Menschen, die sich nur als homosexuell definieren und alles andere dazwischen ist wieder hochvariabel. Und da ist es natürlich die Frage, man sieht ja an dieser Tabelle, im Alter zwischen 30 und 49 und 50 und 65 nimmt die Anzahl ab, haben diese Menschen weniger, sozusagen Freude daran, ihre Sexualität in einer Varianz zu leben, weil sie einer älteren Generation angehören. Oder ist es vielleicht doch so, dass im Jugendalter eben dann doch noch mal sehr viel Veränderung passiert und die Zahlen dann tatsächlich im Laufe des Lebensalters nachlassen. Und das sagt tatsächlich eine Untersuchung von dem Wilhelm Stil 2007, die sie festgestellt haben, die Wahrscheinlichkeit ist um das 25-fache höher, dass ein 16-Jähriger, der sich als homosexuell bezeichnet, sich nicht 17 Jahre als Hethos zu verändern, dass ein 16-Jähriger und wenn wir uns jetzt den jungen Menschen vorstellen, dann müssen wir uns auch fragen, was bewegt eigentlich diesen jungen Menschen, sich zu verändern? Welche Antworten auf Fragen, die er in seiner Entwicklung vorfindet, sucht er vielleicht in einem homosexuellen Begehren? Wie löst er sie, dass er am Schluss dann doch sagt, er sei heterosexuell? Und es wäre doch auch eine ganz spannende Frage zu wissen, welche Rolle spielt eigentlich Glaube oder ethische Ordnung in dieser Orientierungsbewegung von jungen Menschen? Die Luidität im wissenschaftlichen Diskurs erklärt. Und hier kommt jetzt die funktionsanalytische und qualitative Forschung ins Spiel. Diese ganze Forschung beginnt erst einmal mit einer harschen Kritik, nämlich mit einer Kritik, die sich ganz, ganz stark überhaupt an das Phänomen der sozusagen eindeutigen homosexuellen Ausprägung richtet. So sagt zum Beispiel in psychologischen Untersuchungen oder in mehreren Untersuchungen sagen, jungen Menschen, wir können unsere Sexualität überhaupt nicht offen reflektieren, nicht offen darüber reden, solange die Gesellschaft oder ihr uns ständig zwingt, uns irgendwelche Etiketten umzuhängen. Das ist gar nicht unsere Kategorie, uns als schwul oder lesbisch oder heterosexuell oder bisexuell einzusortieren. Eine Untersuchungsrichtung, die zum Beispiel auch von Historikern angeführt wird, aber eben auch von zum Beispiel homosexuellen Psychotherapeuten, die sagen, uns wird eigentlich der Blick auf das Verständnis, was eigentlich die sexuelle Orientierung letztendlich motiviert, verstellt, weil wir eine ganz bestimmte Konstruktion von Homosexualität seit den 70er, 80er, 90er Jahren in unserer Gesellschaft haben, die den wissenschaftlichen Blick verstellt. Wir haben nämlich eine Konstruktion eines treuen Homosexuellen, Homosexuellen, der eine ganz feste Partnerschaft sucht, die hat sich aber eigentlich erledigt mit den Untersuchungen von Kinsey. In Wirklichkeit sei es so, dass diese Form der Konstruktion rein politischer Natur ist, sie aber wirklich nicht so zu finden ist. Wir müssen sie aus dem Weg räumen, um vertieft zu verstehen, was ist denn eigentlich diese, oder was bedingt eigentlich die Fluidität in den sexuellen Orientierungen, vor allem in der Homosexualität. Und schlussendlich gibt es einen anderen Forschungszugang, der sagt, überhaupt ist es falsch, die sexuelle Wahl an das Geschlecht zu binden, die beiden Größen müssen entkoppelt werden. Wie sieht es ganz konkret aus und was kommt dabei heraus, was macht man da für Entdeckungen? Es ist eigentlich egal, ob ich mit dem Frau, Mann, Queer oder mehreren Partnern sozusagen zusammen bin, dann ist die Frage, was sind die entscheidenden Faktoren, warum Menschen dann überhaupt Sexualität suchen, völlig unabhängig vom Partner. Und da ist zum Beispiel das Kriterium der Erlaubnis. Heute gehen Menschen letztendlich Sexualität nicht wegen eines Partners ein, sondern wegen der gesellschaftlichen Erlaubnis, die ihm sagt, es ist ja möglich, mit allen möglichen Partnern Sexualität zu teilen. Es ist das Kriterium des Risikos. Eben, wie groß ist das Risiko, sozusagen mich entweder mit einer Geschlechtskrankheit anzustecken oder wie groß ist das Risiko, von diesem Partner verlassen zu werden. Es ist das Kriterium der Konsequenz, warum Menschen mit verschiedenen Partnern auch unterschiedlichen Geschlechtssexualität haben, weil mit den einen muss ich mich gar nicht tiefer einlassen. Das ist nur ein One-Night-Stand. Deshalb gehe ich vielleicht als Mann mit einem Mann sozusagen ins Bett und nicht mit einer Frau, weil dort wäre die Konsequenz, dass ich eventuell noch eine längere Beziehung sozusagen pflegen müsste. Dann das Kriterium der Lust. Ich möchte das machen, was mir Lust bedeutet. Oder das Kriterium der Fantasie. Ich möchte einfach mal Fantasie erproben. Oder das Kriterium des Verhaltens. Es ist mir jetzt nur möglich, homosexuelles Verhalten auszuüben und so an Sex zu kommen. Und deswegen tue ich das, wenn mir heterosexuelles Verhalten möglich ist, weil ich einen gegengeschlechtlichen Partner finde, dann tue ich das. Oder ist es das Kriterium der Attraktivität? Das ist ein hohes Kriterium bei der Jugend, die zum Beispiel in vielen Untersuchungen sagt, ich wähle meinen Sexualpartner nicht da danach aus, welches Geschlecht er hat, sondern wie attraktiv er für mich ist. Das heißt, diese in der Faktorenanalyse finden eigentlich etwas, was Frau Gerl-Falkowitz schon gesagt hat, Liebe und Sexualität sind heute radikal entkoppelt und erklären damit auch, warum es diese Vielgestaltigkeit von Sexualität gibt. Und eben auch Geschlecht und Sexualität werden radikal entkoppelt, weshalb es zu dieser großen Varianz letztendlich vieler sexueller Orientierungen kommen kann und zu einer großen Varianz zwischen homosexuell und heterosexuell. Jetzt ist natürlich aber die Frage, warum Sexualität so viel gestaltet, letztendlich verwirklichen. Und hier hilft uns letztendlich die qualitative Forschung weiter, aber sie zeigt uns natürlich auch ein Stück den Bodensatz, nämlich das, was den Menschen dann zu Innerst bewegt, eventuell freudig, aber eventuell auch rein konflikthaft. Und das sollte dann auch tatsächlich auch das Pastoral oder die Seelsorge bewegen. So sagt zum Beispiel Redut in einer hirnorganischen Untersuchung, weil der Mensch in seinem Gehirn letztendlich lebensgeschichtlich erworfen, von Emotionen erworben hat oder kognitive Verknüpfungen von Attraktivität, die er in unterschiedlicher Buntheit mit der Sexualität mischen kann. Deshalb kann er ganz unterschiedlichen Beziehungen, ganz unterschiedlichen Geschlechtern eine sehr unterschiedliche erotische Färbung geben. Oder Gunter Schmitt sagt, es liegt eigentlich an unterschiedlichen nicht-sexuellen Motiven, die der Mensch hat, warum er den einen oder anderen Partner wählt. Wir sollten überhaupt nicht mehr nach den Etiketten heterosexuell und homosexuell fragen. BEM 97 kommt auf eine ganz interessante These. Er hat viele Menschen beobachtet in qualitativen Untersuchungen. Er sagt, letztendlich liegt es nämlich an der Entwicklung des Selbstempfindens und Fremdempfindens. Wenn ich selber zum Beispiel eine helle Haut habe, dann wähle ich einen Partner vielleicht, der eine dunklere Haut hat, einfach weil das für mich fremd ist. Er sagt, weil das Exotische erotisch wird. Und so sagt er zum Beispiel auch, der homosexuelle Mensch könnte vielleicht ein Mensch sein, der sich selbst in seinem Geschlecht fremd geblieben ist, weshalb er dann das Gleiche sucht, weil das Gleiche für ihn noch fremd ist. Und das ist für ihn dann interessant. In einer anderen qualitativen Reihenforschung, die Robert Stoller in seinem Werk vorgelegt hat, sagt er vielmehr, das Motiv könnte noch wo ganz anders liegen, nämlich in der Angstverarbeitung des Menschen. Sexualität, sagt er in seinen Forschungen und in seinen Fallberichten, beruht bei Menschen ganz oft auf einer Angstbewältigung. Und überhaupt Josh und Pfefflin sagen etwas positiver, nein, es geht nicht nur um Angstbewältigung, sondern der Mensch erfüllt sich ein Glücksmoment und er versucht, eine lebensgeschichtliche Wunde zu vermeiden. Und da er das bei unterschiedlichen Partnern findet, deshalb kann es zu unterschiedlichen Sexualorientierungen in ein und derselben Person kommen. Bernhard Strauss dagegen sagt, in viel neueren Untersuchungen, zum Beispiel, es liegt an den Bindungserfahrungen, wenn die sehr stark auf Intimität und auf Vertrauen ausgelegt sind, wähle ich entsprechend, kann intime Beziehungen leben. Wenn die eher angstgeprägt sind, dann suche ich kurze Beziehungen zu unterschiedlichen Sexualpartnern und kann mich dann wieder aus diesen Bindungen herauslösen. Fritz Morgenthaler kommt auf eine ganz andere Interpretation in seinen Fällen. Er sagt, letztendlich gibt es in den Menschen, die sozusagen eine abweichende Sexualität suchen, eine Art von Loch und das versuchen sie jetzt mit einer Sexualität zu füllen. Und so nimmt er zum Beispiel beim Homosexuellen das Loch von Autonomie an, weshalb er den gleichen Partner sucht, der seine Autonomie erhöht und das ist eben der gleichgeschlechtliche Mann. Er bezeichnet aber diese Entwicklung als sehr gesund und deshalb schließen sich zum Beispiel Udo Rauchfleisch, der im auch theologischen Diskurs zum Teil bekannt ist, um Segnung oder Wonybald Müller oder der Deutsche Lesben- und Schwulenverband dieser Theorie an. Also sie behaupten nicht, dass die Homosexualität angeboren sei, sondern dass sie tatsächlich auf einem Loch, auf einem Autonomiemangel beruht, der aber in der Gesamtlösung auf die Gesamtheit der Lebensstrecke doch etwas Gesundes hat und eben auch eine gesunde Lösung darstellt. Schluss. Das ist der Homosexuelle Mensch, der sich jetzt uns zeigt in dieser Verbindung. In der Diskussion um Segnung sehen wir immer, ja, es gibt hier den einen homosexuellen Mensch und der möchte letztendlich eine sehr verbindliche Beziehung leben. Er möchte gesegnet werden, er möchte eine Treue leben. Wenn wir aber aufblättern und wenn wir meinem Gedankengang etwas gefolgt sind, dann sehen wir, es gibt hier eine breite Spanne, ganz wenige, die sich eigentlich selber als homosexuell definieren und ganz viele, die auch mit dem Thema Homosexualität zu tun haben. Wir sehen, dass in dieser Gruppe eben auch eine starke Entkopplung von Liebe und Sexualität stattfindet und eine Entkopplung von Geschlecht und Sexualität, die dann dazu führt, das in ganz unterschiedliche, hochindividuelle Motive dazu führen, dass dann Sexualität ausgeübt wird. Was heißt das? Ich möchte vier Konklusionen und vier Fragen ans Ende stellen. Erstens, Homosexualität zeigt sich eigentlich in dem, was ich dargestellt habe, als nur teilweise stabiles Merkmal und ob die Instabilität oder die multivariable Verwirklichung von Sexualität für die geringe Anzahl der eingegangenen Lebenspartnerschaften ausschlaggebend ist, müssen weitere Forschungen ergeben. Frage aber bleibt, geht die Diskussion der Segnung von homosexuellen Lebenspartnerschaften nicht an der Realität dieser Gruppe, die sich hoch instabil zeigt und auch mit hohen Lebensrisiken, Gesundheitsrisiken einhergeht, geht sie an dieser Wirklichkeit nicht schlicht vorbei. Die zweite Konklusion ist die, größer als die Gruppe von homosexuell empfindenden Menschen ist die Gruppe der Bisexuellen. Sie stehen an unterschiedlichen sozialen Situationen und sind unterschiedlichen Risiken ausgesetzt. Das wissen wir ja gerade auch von Bisexuellen, dass sie unterschiedlichen sexuellen Risiken ausgesetzt sind. Und die Frage ist für mich, wie geht die Kirche oder wie gehen wir überhaupt als Kirche auf die Realität, dieser doppelt so großen Menschengruppe ein? Wird sie in der Diskussion um Segnung nicht einfach, schlicht und ergreifend übersehen? Und übersehen wir damit nicht auch die ganze Situation von jungen Menschen? Sache ist die, eine breite Anzahl von Forschungen finden in der Sexualität letztendlich Menschen, die von unterschiedlichen Motiven, Attraktivitäten etc. geleitet sind. Untersuchungen bei Jugendlichen zeigen eine hohe Fluidität und auf eine hohe Instabilität hinsichtlich der sexuellen Orientierung, hauptsächlich im Jugendalter. Und hier ist die Frage, braucht es in einer pluralen Gesellschaft mit einer sich pluralisierenden sexuellen Verwirklichung nicht einen Ansatz, der den Menschen hilft, sich in seinen Motiven, Attraktionen, Bedürfnissen und Sehnsüchten zu verstehen, gekoppelt an eine Ethik, die ihm hilft, mit der Erfüllung und Nichterfüllung von Sehnsüchten umzugehen. Und drittens, viertens, durch die Auflösung, die ich dargestellt habe, des Zusammenhangs von Sexualität und Liebe und Sexualität und Geschlecht, ist vor allem im Bereich der nicht-heterosexuellen Orientierungen eine hohe Variabilität eingetreten. Die Sexualität des Menschen wird immer weiter atomisiert. Das ist der Zustand in unserer Gesellschaft. Die statistischen Faktoren und faktorenanalytischen und qualitativen Daten verweisen aber, und das ist jetzt sehr wichtig, auf eine sehr hohe Individualität der Sexualität. Sexualität ist zuinnerst mit der Existenz des Menschen verbunden. Sie birgt in sich biologische und vor allem verschiedenartige psychische Strebungen und auch soziale Anforderungen werden darin aufgenommen. Und von daher die Frage für mich abschließend, braucht es nicht jenseits der Atomisierung der Sexualität einen über die Biologie, Psychologie, Soziologie hinausgehenden anthropologischen Ansatz, der wieder die Sexualität und Geschlechtlichkeit des Menschen mit seiner Existenz als Grundfrage nämlich und seiner humanen und personalen Gestaltungskraft verknüpft und muss sich die Kirche hier nicht auch auf einen Weg machen, nämlich Pädagogik, sich wieder in Pädagogik vermehrt einzumischen. Also müsste die Kirche hier aufgrund dieser Situation eigentlich von so vielen Menschen, die von Homosexualität betroffen sind, nicht auch einen sexualpädagogischen Aufbruch wagen, um gerade die jungen Menschen wieder zurück zu gewinnen, weil man ja spürt, eigentlich bewegte Mensch in seiner Sexualität hohe Existenzfragen, und es ist die spannende Frage, wie können wir ihm durch diese Fragen hindurch helfen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.